Herzlich Willkommen. Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Daniela Schweitzer. Ich bin die Kanzlerin der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft und ich habe heute ein besonderes Anliegen, das in dieser Form wahrscheinlich sehr selten transportiert wird. Ich möchte Ihnen nämlich eine Professur vorstellen, die wir an der Hochschule zurzeit ausgeschrieben haben und ich möchte dafür werben, dass wir gute Bewerber für diese Professur bekommen. Es handelt sich um die Professur für angewandte Kultur-Mediatechnologie, die in einem sehr innovativen Studiengang ausgeschrieben ist und zwar handelt es sich um den Studiengang Kultur-Mediatechnologie, der gemeinsam mit der Hochschule für Musik angeboten wird und in dem die Studierenden die Möglichkeit haben, sich einerseits mit den Kulturinhalten zu beschäftigen, also Musik, Literatur, Kunst und Kultur allgemein und andererseits die neuen Technologien lernen, die sie dann später befähigen, eigene Videos zu produzieren, sich mit Kameratechnik auszukennen und in insbesondere der gesamten Internet-Technologie. Deswegen suchen wir einen Professor, der diese Voraussetzungen mitbringt und zwar den Bereich der Technik uns anbieten kann. Die Professur soll den Bereich Produktion abdecken, den ganzen Bereich Internettechnologie, Live-Produktion und auch die Grundlagen in der Mathematik. Denn unsere Studierenden sollen sehr genau verstehen, wie die Technik funktioniert und damit dann später auch sehr souverän umgehen können. Wir erwarten, dass der Bewerber oder die Bewerberin, gerne auch Frauen natürlich, ein technisches Studium absolviert haben, also beispielsweise Nachrichtentechnik, Elektrotechnik, Medientechnik, Kommunikationstechnik, also immer mit dem Schwerpunkt auf der Technik. Und dass er aber auch schon einschlägige Erfahrungen in den Bereichen hat, die dann hier gelehrt werden sollen. Das heißt, er sollte eben sich schon mit Produktion beschäftigt haben, auch schon mal Live-Produktion gemacht haben oder einen Schwerpunkt im Bereich Audio oder Video anbieten können. Die Besonderheit von Professuren an Hochschulen für angewandte Wissenschaft ist, dass wir eine fünfjährige Berufspraxis von unseren Bewerbern erwarten und davon sollten drei Jahre außerhalb der Hochschule absolviert worden sein. Dieser neue Studiengang, den wir gemeinsam anbieten, ist ein sehr innovatives Projekt, von dem wir hoffen, dass es sehr erfolgreich sein wird und bei dem die Studierenden dann später die tatsächlichen Anforderungen auch erfüllen können. Und deswegen freuen wir uns sehr, wenn sie sich bewerben und wir sie in unser Team aufnehmen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.